So, grüß euch! Falls noch wer auf die Schnelle einen Traktor braucht zum Schneeschirm, haben wir hier einen Iseki 3267 AHL, in dem Fall 125 PS, der Allradantrieb, mit Wifrostatenbetrieben. Vorne haben wir ein originales Iseki Schneestaltraum, hydraulisch bedienbar. Hinten haben wir einen Rauch-Salzstaltraum, auch hydraulisch bedienbar. Dazu haben wir die Komfortkabine, mit Heizung, Spürgel, also ein Rauch- und Scheinwischer, das ist ideal zum Einsatz für alle Gemeinden und Kommunen, oder auch für privaten Gebrauch, für alle Hausmeister-Series. Schauen wir mal auf die Schnelle, am Tischteigerkramt und dahin geht's. Wer braucht, meldet euch einfach bei uns. Wir sind telefonisch, erreicht per E-Mail. Die Maschinen sind lagern da, sind sofort verführt worden.